Gibt es hier ein gutes Hotel? Ein günstiges Hotel? Haben Sie ein freies Zimmer? Es tut uns leid, wir sind ausgebucht. Désolée, on est complet. Ich habe réserviert. J'ai fait une réservation. Ich heiße. Je m'appelle. Wie ist der Preis für das Zimmer? Quel ist der Preis für das Zimmer? Für eine Nacht? Für eine Nacht? Für eine Woche? Für eine Woche? Mit Frühstück? Avec petit déjeuner? Gibt es hier in der Nähe? Y a-t-il près d'ici? Eine Bank? Eine Bank? Eine Metzgerei? Eine Boucherie? Eine Bäckerei? Eine Boulangerie? Ein Supermarkt? Ein Supermarché? Sie wünschen? Vous désirez? Ich hätte gern. Je voudrais. Dass da. C'est lui-là. Ich suche. Je cherche. Haben Sie? Avez-vous? Postkarten? Des cartes postales? Briefmarken? Des Tempres? Einen Stadtplan? Un plan de la ville? Ein Brot? Un pain? Ein Stück Kuchen? Un morceau de gâteau? Ein Kilo Tomaten? Un Kilo de Tomate? Ein Liter Milch? Un litre de lait? Ein Eis mit zwei Kugeln? Une glasse avec deux boules? Einen Gürtel? Une ceinture? Schuhe? Des chaussures? Ein Hemd? Une chemise? Eine blouse? Un chemisier? Eine Hose? Un pantalon? Ein Kleid? Une robe? Ich habe Größe 42. Je fais du 42. Das gefällt mir. Cela me plaît. Das gefällt mir nicht. Cela ne me plaît pas. Ich nehme es. Je le prends. Das wäre alles. Ce sera tout. Das kostet bitte wie viel? C'est combien? S'il vous plaît? Geöffnet. Ouvert. Geschlossen. Fermé.